Hey Freunde, ich bin Gabby aus L.A. Bitte liked und abonniert. Ich lebte in einem superschönen Viertel mit meiner reichen, alleinerziehenden Mutter, die mich immer vergötterte und sagte, ich sei die Hübscheste. Sie hat mich sogar vor allem meinen Freundinnen vorgeführt. Seht sie euch an, ist sie nicht wie ein Engel? Berührt ihre Haut, sie ist babyweich. Meine Tochter hat Geburtstag, um Himmels Willen, hör auf mit deiner Tochter anzugeben. Aber Mama hat nie auf jemanden gehört. Je älter ich wurde, desto mehr beschützte sie mich. Gabby, warum bist du draußen in der Sonne? Geh weg von diesen dreckigen Kindern. Mami, das sind meine Freunde und wir spielen nur. Mägde bringt sie rein und duscht sie sofort. Mama war verrückt, wenn es darum ging, meine Schönheit zu schützen. Da ich immer drin war, habe ich einfach fern gesehen und das wurde meine Lieblingsbeschäftigung. Ich liebte es zu sehen, wie die Leute Schauspieler hatten und versuchte immer sie zu imitieren. Und meine Leidenschaft für die Schauspielerei wurde noch stärker, als ich gleich in der ersten Klasse in einen Theaterclub beitrat. Ich war super beliebt. Einmal während der Schulerführung trug ich gerade den emotionalsten Text vor, als ich Kinder schreien hörte. Ah, lauf, lauf, eine Schlange! Alle rannten in Panik aus der Aula, aber in diesem Moment entdeckte ich einen Jungen aus meiner Klasse, der sich in der Ecke versteckte und vor Angst zitterte. Ich ergriff seine Hand und wir rannten beide nach draußen. Aber sobald wir weit genug weg waren, schüttete er meine Hand ab und rannte weg. Was für ein komischer Kauz. Er hieß Ellen und war so still, dass er mir nie besonders aufgefallen war. Aber in den nächsten Tagen sah ich, dass er immer alleine saß. Und die anderen Kinder aus der Klasse hackten auf ihm rum. Warum belegst du den ganzen Tisch, wenn du keine Freunde hast? Raus mit dir! Nun, ich bin sein Freund und ich werde mit ihm essen. Ihr geht woanders hin. Die anderen Kinder gingen, aber gerade als ich mich setzte, ging auch Ellen weg. Ah, ich hatte keine Lust mehr, nett zu ihm zu sein. Später am Nachmittag wartete ich darauf, abgeholt zu werden, als ich jemanden auf dem Parkplatz schluchzen hörte. Ich war schockiert, als ich sah, dass es Ellen war. Hey, alles in Ordnung? Er schüttelte meine Hand von seiner Schulter und ich verlor die Geduld. Was ist dein Problem? Wenn du alles für dich behalten willst, fein, aber du könntest nett zu den Leuten sein, die es interessiert. Ich habe meinen Hund verloren, okay? Er war mein einziger Freund. Schau, es tut mir leid, ich will nicht unhöflich sein. Aber ich hatte nie Freunde und ich weiß nicht, wie man mit Leuten redet. Hey, entspann dich, ist ja gut. Das mit deinem Hund tut mir leid und vielleicht können wir Freunde werden. Er sah überrascht aus, aber dann nickte er lächelnd. Und plötzlich fing es an zu regnen. Wir rannten beide zum Schulgelände und er hielt seine Tasche hoch, um mich vor dem Regen zu schützen. Wir wurden gute Freunde. Ich lud ihn sogar zu meiner Hause ein und stellte ihn meiner Mutter vor, aber sie war nicht sehr glücklich drüber. Es scheint, dass er nicht aus einer guten Familie kommt, Gabby. Du solltest dich vor solchen Kindern fernhalten. Er ist mein Freund und alles andere ist mir egal. Die Schuljahre vergingen und meine Bindung zu Ellen wurde immer stärker. Wir fuhren zusammen auf Klassenfahrten und er sah sich alle meine Aufführungen an. In der achten Klasse spielte ich die Hauptrolle bei der jährlichen Schulveranstaltung und Ellen kam immer hinter die Bühne gerannt und umarmte mich. Du warst fantastisch, Gabby. Ich konnte meine Augen nicht von dir lassen. Ich wollte dir sagen... Aber bevor er zu Ende sprechen konnte, kam ein Mann angerannt und schob ihn zur Seite. Bravo! Bravo! Du warst unglaublich da draußen, kleines Mädchen! Ich kann es kaum erwarten, dich für meinen nächsten Kurzfilm unter Vertrag zu nehmen. Kurz was? Der Mann stellte sich als großer Produzent vor und sah so begierig aus, mich für seine neue Hauptrolle unter Vertrag zu nehmen. Dann kam meine Mutter. Das ist großartig, Gabby! Sag ja! Ich war zu verblüfft, um zu sprechen. Ich konnte nur mit dem Kopf nicken. Dann sah ich mich nach Ellen um, aber er war nirgends zu sehen. Am nächsten Tag wartete ich in der Schule auf ihn, aber er tauchte nicht auf. Aber als der Fahrer mich nach Hause brachte, sah ich Ellen im Regen auf dem Bürgersteig laufen. Sag mal, bist du verrückt? Wohin gehst du denn mit diesem Regen? Er zögerte mit dem Sprechen und ich merkte, dass was nicht stimmte. Was ist los, Ellen? Gestern wolltest du noch was sagen und dann bist du verschwunden. Ich mag dich, Gabby, okay? Ich mag dich wirklich. Aber als ich gesehen habe, dass du die Chance bekommst, deinen Traum zu leben, konnte ich mich nicht dazu durchringen, dir von meinen Gefühlen zu erzählen. Ich wollte nichts ruinieren. Ach, du ruinierst nichts. Ich mag dich auch. Ich zog ihn an mich und küsste ihn sanft. Und dann waren wir zusammen. Aber die Dinge nahmen eine wilde Wendung, als mein erster Kurzfilm ein Hit wurde. Ich wurde über Nacht ein aufsteigender Star. Danach musste ich viel reisen, um meine Projekte zu promoten. Und das Beste daran war, dass ich Ellen mitnehmen und die Reise wie perfekt genießen konnte. Einmal nahm ich ihn zu einem Shooting mit. Und gerade als einige Reporter mich interviewten, kam Ellen mit einer Kiste voller Desserts. Hier, ich hab dir das hier besorgt. Plötzlich richteten sich die Kameras auf Ellen und er rannte raus. Als die Reporter fragten, wer er sei, meldete sich Mom nur kurz zu Wort. Oh, er ist nur der Laufbursche für meine schöne Tochter. Mom! Ich wollte ihm die Wahrheit sagen, aber dann dachte ich an die ganze unnötige Aufmerksamkeit, die Ellen in den Medien bekommen würde. Ich beschloss, dass es das Beste war, nichts zu sagen. Aber am nächsten Morgen weckte mich Mom mit einer schockierenden Nachricht. Überall in den Zeitungen waren Bilder von mir und Ellen, wie wir uns küssten mit der Überschrift Junge, millionenschwere Schauspielerin trifft sich mit Laufburschen. Du fängst gerade erst an, dir in Hollywood einen Namen zu machen, Gabby. Und du willst alles wegwerfen für den armen Jungen? Es gibt so viele reiche Schauspieler, mit denen du ausgehen könntest. Hör auf, Mom, was willst du? Ich will nichts hören. Ellen hat keine Klasse. Und ich will, dass du mit ihm Schluss machst. Natürlich würde ich das nicht tun. Jetzt, wo es sogar in den Nachrichten stand, würde ich mich öffentlich mit Ellen verabreden und Mom musste es akzeptieren. Kurz darauf war Ellens 16. Geburtstag und ich hatte am selben Tag eine wirkliche, wichtige Preisverleihung. Also beschloss ich, ihn mitzunehmen und allen vorzustellen. Das wird ein Riesenspaß. Ich habe sogar diesen Gucci-Anzug extra für dich anfertigen lassen. Aber du weißt doch, dass ich Menschenmengen und die ganze Aufmerksamkeit der Medien hasse. Ich glaube nicht, dass... Ach komm schon, Ellen. Für mich bitte. Nur das eine Mal. Er stimmte zu und wir gingen beide zusammen zur Preisverleihung. Ich konnte sehen, dass Ellen vor den Kameras sehr nervös war, also hielt ich seine Hand. Später posierte ich für ein Solo-Foto, aber plötzlich trat Ellen auf mein Kleid und ich stolperte und fiel mit dem Gesicht auf den Boden. Alle fingen an zu lachen und Fotos zu machen. Das war so peinlich. Auf dem Heimweg entschuldete sich Ellen bei mir, aber als ich die ganzen Memes und Poster in den sozialen Medien rastete ich einfach aus. Oh, warum hast du das getan, Ellen? Ha? Was sollte das? Was? Es war nur ein Versehen. Warum bist du so komisch deswegen? Weil es eine große Sache ist für mich. Richtig. Es geht immer nur um dich, nicht wahr, Gabby? Du bist der Superstar, aber was ist mit mir? Ich bin auch ein Mensch mit Gefühlen. Hast du da jemals an mich gedacht? Hör auf, Ellen. Ich habe immer an dich gedacht. Ich nehme dich überall hin mit und kaufe dir die besten Sachen, damit du dich nicht ausgeschlossen fühlst. Aber ich will nicht dein Geld oder irgendwas von dieser Beliebtheit, Gabby. Ich bin überall mit dir hingegangen, weil ich dich liebe. Nicht, weil es mir Spaß macht. Aber ich kann das nicht mehr. Ich... Ich will Schluss machen. Ich traute meinen Ohren nicht, aber ich wusste, dass er es ernst meinte. Nach diesem Tag habe ich Ellen nie wieder gesehen. Er verließ sogar die Schule und ich fühlte mich monatelang untröstlich. Meine Mutter versuchte mich aufzumuntern, indem sie mich zu Partys und ins Kino einlud. Aber ich beschäftigte mich einfach mit der Arbeit. Im Laufe der Jahre erreichte meine Karriere erstaunliche Höhen. An meinem 22. Geburtstag nahm ich als Freiwilliger in einer Kampagne für Waisenkinder teil, als plötzlich eines der Kinder das Bewusstsein verlor. In diesem Moment kam ein Mann angerannt, der eine Herz-Lungen-Wiederbelebung verpasste. Ich erfuhr, dass er Paxton hieß und super reich war. Was du heute getan hast, war wirklich erstaunlich. Eigentlich bin ich derjenige, der erstaunt ist. Es ist das erste Mal, dass ich eine reiche Schauspielerin sehe, die sich freiwillig für eine Kampagne einsetzt, ohne Kameras. Nun, es macht mich glücklich. Du bist auch hier deswegen, oder? Er lächelte und wir kamen ins Gespräch. Er war ein wirklich aufrichtiger Typ. Ein paar Tage später arbeitete ich gerade an meinem nächsten Film, als ich erfuhr, dass Paxton dafür die Musik produzieren würde. Ich freute mich riesig, mit ihm zu arbeiten. Wir trafen uns oft am Set und ich liebte es, mit ihm zusammen zu sein. Wir kamen uns sehr nah. Und sogar meine Mutter konnte das sehen. Ha, da ist wohl jemand verliebt. Ach, komm schon, Mann. Wir sind doch nur gute Freunde. Aber Mama gab nicht so schnell auf. Am nächsten Morgen stand Paxton vor meiner Tür, weil Mami ihn zum Frühstück eingeladen hatte. Wir amüsierten uns prächtig, bis Mami ihm all meine peinlichen Kindheitsfotos zeigte und ich mich unwohl fühlte. Äh, nein, bitte hör auf, Mann. Ha, ha, du siehst wirklich süß aus auf all diesen Fotos. Bei seinen Worten bekam ich Schmetterlinge im Bauch und bald darauf fingen wir an, uns zu daten. Eines Abends nach unserer Filmpremiere führte Paxton mich aus und machte mir einen Heiratsantrag. Ich war schockiert, weil mir das alles viel zu früh vorkam. Aber Paxton hat mich immer wie eine Prinzessin behandelt und er war einfach perfekt. Also habe ich Ja gesagt und wir haben uns verlobt. Ein paar Tage später hatte ich ein Shooting an einem öffentlichen Ort und gerade als ich aus meinem Van ausstieg, kam ein verrückter Fan und hielt mich von hinten fest. Ich versuchte ihn loszuwerden, aber in diesem Moment kam jemand von vorne und schlug auf mich ein. Als er mich zur Seite zog, sah ich, dass es Ellen war. Die Sicherheitsleute brachten den verrückten Fan weg und Ellen zwang mich, mich zu setzen. Geht es dir gut? Hat er dich verletzt? Ähm, nein, nein. Mir geht's gut, aber was machst du hier? Ja, es ist sechs Jahre her, ich weiß, aber ich bin der Geschäftsleiter. Ein Geschäftsleiter? Später, als mein Shooting vorbei war, nahm er mich mit in ein Café und erzählte mir kurz, wie er nach der Highschool eine App entwickelte und sich zum Unternehmer hocharbeitete. Ich bin wirklich stolz auf dich, Ellen. Wow. Ja, deine Mutter war eine große Motivation dafür. Meine Mutter? Ja, an dem Tag, an dem unsere Fotos in der Zeitung veröffentlichten wurden, kam ich, um nach dir zu sehen, aber ich habe gehört, wie deine Mutter geschrien hat, dass ich dieses arme Kind ohne Klasse sei, das dich nicht verdient hätte. Seit diesem Tag habe ich beschlossen, hart zu arbeiten und ein Mann zu werden, der dich verdient. Gabby, ich liebe dich immer noch. Plötzlich wurde mir klar, wie sehr ich ihn vermisst hatte, aber ich musste einen klaren Kopf bewahren, denn ich würde bald Paxton heiraten. Bitte hör auf, Ellen. Du hast mit mir Schluss gemacht und das ist die Wahrheit und es ist zu spät. Ich bin jetzt mit jemandem verlobt. Ich zeigte ihm den Ring an meinen Finger und sein Gesicht wurde blass. Und ich bin einfach gegangen. Ein paar Tage später ging ich dann mit Paxton zur Anprobe der Hochzeitskleider. Doch als ich aus der Umkleidekabine rauskam, sah ich Ellen, der mich anstarrte. Ellen, was machst du denn hier? Ich bin mit einem Freund gekommen. Ich wollte einen Anzug für seine Hochzeit kaufen. Plötzlich kam Paxton mit dem Rosenstrauß. Schau, Babe, ich habe diese passend zu deinem Kleid. Doch plötzlich sprang Ellen vor. Nimm sie weg von ihr, sie ist allergisch gegen Rosen. Paxton sah schockiert aus, aber nachdem ich ihm Ellen als meinen alten Freund vorgestellt hatte, lud er ihn schließlich zur Hochzeit ein. Bevor ich den Laden verließ, sagte ich Ellen, dass er nicht zu kommen brauchte. Aber dann schockierte er mich mit seinen Worten. Ich fahre in dieser Nacht nach London, Gabby, endgültig. Und selbst wenn ich nicht mitkäme, könnte ich es nicht mit ansehen, wie die Liebe meines Lebens einen anderen Mann heiratet. Der Schmerz in seinen Worten brach mir das Herz. Am Tag meiner Hochzeit schritt ich zum Altar, weil ich musste an Ellen denken. Paxton sah mich an. Was ist los, Gabby? Ich kann nicht. Ich kann das nicht. Ich mag dich, Paxton, aber... Aber du liebst Ellen, nicht wahr? Ja, als ich dich neulich mit ihm gesehen habe, konnte ich es in deinen Augen sehen, Gabby. Du hast ihn so angesehen, wie du mich noch nie angesehen hast. Es tut mir leid, Paxton. Das muss es nicht, Gabby. Wenn dein Herz dort ist, dann geh und hol ihn. Oh, Paxton! Ich rannte aus der Kirche und nahm ein Taxi zum Flughafen. Als ich dort ankam, rannte ich auf der Suche nach Ellen herum, als ich hörte, wie er mir und meinen Namen rief. Gabby? Was machst du denn hier? Es ist deine Hochzeit. Du solltest nicht hier sein. Ich sollte hier sein, Dummkopf. Ich hab dich immer geliebt.